Mein Name ist Hermann Josef Hack, Künstler, und ich bin heute hier vor dem Reichstag mit der Aktion Wehrkauf. Mit leeren Einkaufsmarken, die mit Stacheldraht umwickelt sind, sie sollen zeigen, die Länder, deren Fahnen hier wehen, die sind am meisten betroffen. 805 Millionen Menschen, die keine ordentliche Ernährung haben. Insgesamt sind es sogar 2 Milliarden, die hungern im deutschen Volke. Das heißt, uns allen sei gesagt, das kann so nicht weitergehen, denn wir müssen was tun. Die deutsche Welthungerhilfe weiß genau, was zu tun ist. Und deswegen bin ich gerne heute hier und arbeite mit meiner Aktion dafür, dass wir allen etwas dagegen tun. Zusehen kann jeder. Es muss etwas gemacht werden. Wie gut oder schlecht geht es Menschen auf der anderen Seite dieser Welt oder an anderen Plätzen? Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Ich glaube, es ist jeder hier gefragt. Und wir haben das Glück, in diesem Landstrich geboren zu sein. Und aus diesem Grund sollten wir dankbar sein und teilen, um die Gerechtigkeit auf der Welt ein bisschen Elfen auszugleichen. Jeder Mensch kann das tun.